Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zur Let's Play. Nur Super Mario Bros Wii. Ich bin der Naik. Und jetzt geht es weiter in der letzten Welt. 8.4. Molten Airship. Oh yeah. An allen Fallzlosigkeit ist kaum zu überbieten. Das dritte Airship-Level von den sechs letzten oder so. Wenigstens kein Scrolling-Level diesmal. Da hatten wir ja beim letzten Mal so Probleme mit. Oh, klasse. Was ist das? Dann muss ich nochmal gucken, wie das war hier. Okay. Mit dem rechten Stick mache ich das. Ich muss ja jetzt gucken, wie die Bewegungsstörung hier geklappt hat. Das ist absolut schrecklich. Ich bereue alles, was ich in meinem Leben jemals getan habe. Aber jetzt schon. Komm schon, Starcoin. Keine Starcoin. Dann werde ich eine Röhre aufverpasst haben. Jo. Und an die komme ich nicht mehr ran. Cool. Also ist der Weg da oben eine Verarsche. Nice. Dann bringe ich mich auf. Bringt ja nichts. Ich brauche ja alle Starcoins. Auf dem Weg zur Bausa. Ich will kein Lapsos lausen. Lausen. Kein Lapsos leisten. Und der arme PC lädt jetzt schon den ganzen Tag runter. Der tut mir echt leid. Ja, auch ich habe Gefühle gegenüber Computern. Vor allem mein Computer, das ist mein Baby. Wie ich ihn so schön gerne bin. So, jetzt gehört ein bisschen Glück dazu. Das wir keine hohe Welle erwischen. Das sieht sehr schlecht aus. Nein, 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 nein. Keine Welle. Keine Welle. Keine Welle. Oh, das sieht doch gut aus. Perfekt. Ich habe keinen Bock mehr auf Airships. Ich habe keinen Bock mehr auf Airships. Davon hatten wir genug. Ich hätte jetzt endlich kein anderes Level. Okay, machen wir hier auf. Gucken wir mal, was Fortuna für uns bereithält. Ah! Das war so dumm. Ich habe nicht gesehen, dass da noch ein Rad war. Und dachte, wie schafft man das? Und das war eigentlich dabei so ganz einfach. Oh, ernsthaft? Akkuladung 15% vom Handy? Cool. Oh, der ist dicht. Aber man merkt, dass es auf die Zielgeraden zugeht. Weil so ein Live-City-Level jetzt echt nicht. Und es häufen sich die Bowser-Airship-Sachen. Ey! So, wir starten, wenn wir das natürlich trotzdem haben. Wir starten, wenn wir das nicht. Oh, wir starten. Oh, das ist ein Buch. Oh, wir starten jetzt. Wir starten. Wellen über Wellen im Lavabad. Und das ist eine verpackte Textur hier. Scheiße, das kann nicht sein. Jetzt kann ich sie auch nicht mehr holen. Jetzt ist es sowieso zu spät. Wo habe ich sie übersehen, ne? Ist nicht sehr ernst. Ich darf den Scheiß nochmal machen. Geil! Was the fuck? Ist da schon der nächste Turm da? Tatsache. Ah ne, ist das Schluss. Perfekt. So. Aber das Molten-Erst-Shirt müssen wir auch noch machen. Denn da haben wir ja die letzte Sakurai nicht gefunden. Und ihr habt sie wahrscheinlich schon gesehen und denkt euch, fuck you, du bist so dumm. Ach, halt's mal. Oh, ho. So, wo ist meine letzte Stacke? Sie muss ja irgendwo jetzt hier kommen. Ja, irgendwo hier bei den Vormans wahrscheinlich. Boah, jetzt sag nicht da links, ne? Dann raste ich aber aus. Doch, ne. What the fuck? Kann sie ja nur noch hier irgendwo sein. Hm? Was zum Teufel? Und hier ist Schluss. What the f- Loy, das ist nicht dein Ernst. Das ist das. Ach. Wo ist die Starcoin? Hallo? Kann ja gar nicht sein, ne? Sonst muss ich das nachgucken hinterher noch. Das will ich ja gar nicht. Versuchen wir es noch einmal. So, keine Lust mehr. N, S, M, B, W. Acht. Vier. So. So. Wo ist die letzte Starcoin? doch da dachte ich es mir doch das ist mir doch dass sie da ist aber ich habe es nicht gesehen warum ist die welle jetzt weiter vorne warum ist diese welle hier weiter vorne als sie immer und zwar meine stimme verschwindet langsam aber ich werde nach dieser folge auf jeden fall noch zwei aufnehmen dann sind wir auch schon fast am ende in zweieinhalb parts vorstellen dass wir in der ohne so weit angekommen sind das war jetzt ein kurzer schockmoment die welle ist jetzt weiter vorne als vorher so doch hier bei den bombons nur ultraschwer zu sehen wegen der wellen nicht leicht festhalten an sachen ich werde nie lernen dass es nicht mit dem steuerplatz geht ich werde es einfach nie lernen wir haben noch nichts hingekriegt glaube ich in diesem fall das ist echt ehrlich das ist aber auch scheiße muss ich sagen er gefällt mir mal wieder überhaupt nicht aber das passt ja ungefähr zu den bisherigen in dieser welt es wird besser sobald wir gleich dumper sind jetzt halt dich an den scheiß zeiten fest mario zu dieses hier hier der hier Oh. 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 Halt dich an der Leiter fest, Maul. Halt dich an der Leiter fest. Bitte. Oh. 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 Oh mein Gott. Ganz ehrlich, das hätte ich sogar als Tod zählen lassen. Jetzt. Hier hält er sich mit Leichtigkeit fest. An der Leiter nicht. An der Leiter nicht mit Leiterkeit. Leichtigkeit. So. Hoch da wieder. Und jetzt haben wir das Ziel, Bitch. Endlich. Nach 13 Minuten. Letten wir die Klö... Ne. Wurde aber auch mal Zeit. Und... Oh, hoppala. Habe ich aufs Mikro gehauen. Geil. So. Dann wollen wir mal was angehen. Weltachtschloss. Bowser's Castle. Finale. Geil. Genug Zeit haben wir. Oh, Bowser. Diesmal kriegst du so richtig aufs Maul. Oh nein. Oh nein. Das sind regende Dinger. Ich erinnere mich an den Edpost-Kampf. Der ist ULTRA schwer. Oh ja. Oh. Ultralex gibt's ja auch. Alter. Sumo-Brother. Ernsthaft? Den hab ich doch gehabt. Oh. 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 Alter war das knapp. Oh. Oh. Was ist das denn? Oh. 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 Das war ja ekelhaft. Oh mein Gott. Damit hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Oh man. Da gibt's auch keinen Checkpoint wahrscheinlich, ne? Weil's Bowser's episches Castle ist und so. Alter war das krank. Boah, beim Bowser auch kein einziges Mal im Spiel gesehen, ne? Beim Bowser kein einziges Mal im Spiel gesehen. Weil die sind da auf der Insel gelandet und dann stand da nur looks like Bowser is a dead again. Das war's aber auch. Bowser selbst haben wir noch kein Mal gesehen im Spiel. All von seinen Kumpanen haben wir schon ausgeschaltet. Außer Bowser Junior. Der ist... ...verschollen bis in alle Ewigkeit. ... 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 Und einfach durchrangen. Oh, das Gewitter! Das Gewitter! Scheiße! Oh, ein unendlicher Hothead. Nichts für mich, also kein Problem für mich, wollte ich sagen. Ich bin ein Killer! Baby, ich bin ein Killer! Auch diese wackelnden Dinger machen mir gar nichts. Ich habe immer Angst, dass ich eine Starcoin verpasse. Das habe ich noch nie gern. Oh Gott. Okay, ich lasse mich treffen. Da lasse ich mich auch gerne mal für treffen. So! Bowser! Aufs Maul! Jetzt! Hallo Peach! Oh no! Falle! Wir wurden verarscht. Es ist noch nicht vorbei. Oh yeah! Mario-Time! Und auf einmal sind wir hier unten. WTF! Also! Welt 8 Zug! Underground Railroad! Wir sind im Koopa-Core inzwischen! Oh! Geil! Oh yeah! Eine Zugfahrt, die ist lustig! Er weckt irgendwie Änderungen an Mario 3D World. Kann es übrigens überhaupt nicht gut heißen, dass es schon wieder am Scrollen ist. Ich dachte, das wird jetzt besser, aber den Zug muss man wohl erst noch raushauen. Scheiß drauf! Schade. Ich dachte, da war ein Unkelz. Musik ist cool. Stimmig. Banzai, Bill. Oh lol! Oh lol! Ganz, ganz wenig Zeit. Ist ja sehr interessant. Oh lol! Die Lava, sie steigt. Gut, dass wir die Star-Corn bekommen haben. Meiner Meinung nach war das kein Treffer. Ah! Ihr scheiße Rockies. Das ist gemein, das ist gemein, das ist gemein! Ah! Nein, 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 nein! Mein Handy ist ausgedacht. Die Zeit auch immer im Auge behalten. Aber nach dem Level ist sowieso Schluss, deswegen kann ich den Time auch gleich stoppen. Ja, wenigstens geht's hier Schlag auf Schlag. Finde ich gut. Das war jetzt knapp. Jo! Ich bin durch worden, Leute. Kann aber nicht wahr sein. Helgo! Guten Mario, mhm! Fuck. Ich hab so keine Lust mehr auf diese Welt, ne? So was rum. Keine Lust mehr. Gehe, die ich bitte vergraben werde. Der Koopa-Core ist halt nochmal... Ich weiß nicht, wie groß der jetzt noch ist, aber der ist noch groß. Ist nicht mal eben so gemacht. Fick dich! Ich... Boah, ich wusste es. Ich wusste, dass ich diese Star-Core nicht mehr kriegen würde. Ich wusste es. Ich hab es gewusst. Boah, ich reißen mein Herz halt auseinander, Alter. Ich wusste es einfach. Okay, jetzt lauf ich einfach nur noch mit. Okay. Geschafft. So. Hier ist nichts. Der Zug fährt durch die Lava. Und wir... gehen ins Ziel. Ah, geil. Nice. Cool. Nicer Level. Oh yeah. Mario-Time. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Auch wenn das Scrolling mal wieder genervt hat. Hoffentlich endet das bald mit dem scheiß Scrolling. So. Und im nächsten Part... ...wählen wir uns dann hier weiter. Welt 8.6. Kommt dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Newer Super Mario Bros. Ich bin der Naik. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.